In diesem Video reden wir mal über 10 Dinge, die in den USA besser sind als in Deutschland. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Hallo, ich bin der Maik und auf meinem Kanal zeige ich euch, wie man in den USA auswandern kann, auch ohne Green Card und wie ich das so gemacht habe. Fangen wir direkt mit der Nummer 1 an. Die Freundlichkeit der Menschen. Und da rede ich jetzt nicht nur davon, was hier oft als oberflächlich abgetan wird, dass die Leute einen hier immer danach fragen, wie es einem denn geht oder wie es gerade läuft, sondern wirklich davon, dass zum Beispiel hier auch die Privatsphäre viel mehr geachtet wird als in Deutschland. Das macht sich zum Beispiel auch bemerkbar, dass einem hier nicht immer ungefragte Ratschläge geben werden zu den verschiedensten Lebenssituationen, in denen man gerade sein mag. Und da kann ich mich auch selbst nicht so unbedingt von freisprechen. Ich volontiere also auch immer hier meine Meinung mehr als ich sollte und dementsprechend hier ganz klar die Freundlichkeit der Menschen hier auf meiner Liste. Nummer 2, Spritpreise. Es ist natürlich jetzt hier keine Überraschung, dass das hier auf der Liste landet, denn die Spritpreise hier in den USA sind ungefähr ein Viertel von dem, was sie in Europa sind beziehungsweise in Deutschland. Und deswegen ganz klar hier mit auf meiner Liste, Dinge, die in den USA besser sind, sind die Spritpreise. Nummer 3, die Natur. Und natürlich gibt es auch in Europa beziehungsweise in Deutschland schöne Natur, gerade auch im südlichen Teil des Landes. Allerdings muss ich sagen, so viel unberührte Natur, wie es hier in den USA gibt und auch in dieser schieren Größe, muss man ganz klar sagen, dass das hier besser ist als in Europa. Die USA sind lange nicht so verbaut wie Europa. Das liegt natürlich auch daran, dass das Land hier noch nicht so alt ist wie jetzt Europa und dass man hier viel mehr Platz hat. Allerdings, wie gesagt, auch die Bereiche, wo Leute wohnen, man lässt die Natur hier Natur sein und die ist viel unberührter als zum Beispiel in Deutschland. Nummer 4, Ausgehen. Und damit meine ich jetzt natürlich abends mal weggehen in Restaurants oder auch sonst wohin, egal was man hier macht. Das ist eigentlich alles gut besucht. Die Kultur hier in Amerika ist eigentlich darauf ausgelegt, dass man hier weggeht mit Freunden, dass man sich trifft, man geht in Restaurants, man geht ins Kino, man geht zu Shows oder dergleichen. Und da muss ich sagen, das ist hier viel besser als in Deutschland, wo unter der Woche mit Ausnahmen der Großstädten, sage ich jetzt mal München, Berlin, Köln, eigentlich so eher Tote Rose ist. Und wie gesagt, das sehe ich hier ganz anders. Hier tanzt der Bär eigentlich jeden Tag und überall. Und wie gesagt, hier die Kultur der Menschen darauf ausgelegt, hier auszugehen und sich mit Freunden zu treffen. Und deswegen ganz klar hier auch auf meiner Liste ausgehen. Nummer 5, Urlaub. Ja, natürlich kann man auch in Europa einen schönen Urlaub machen. Insbesondere Deutschland ist ja auch mittlerweile das Urlaubsland Nummer 1 der Deutschen. Dennoch muss ich sagen, wenn man in Deutschland natürlich hier Sonne tanken möchte, im Süden am Strand liegen, geht eigentlich in Deutschland nicht. Muss man halt immer in die südlichen europäischen Länder fahren und dort seinen Strandurlaub verbringen. Ja, und auch wenn man Mallorca hier oft als 17. Bundesland bezeichnet, ist das natürlich immer noch das Ausland. Das ist hier in den USA ganz anders. Egal, was man hier machen will, ob man Ski fahren will, ob man an den Strand will, Wanderurlaub, was auch immer. Für alles braucht man nicht mehr das Land verlassen. Natürlich travelt man hier auch über Staatsgrenzen hinweg. Allerdings ist es hier doch nochmal was anderes als in Europa, wo man zwar mit dem Schengen-Raum auch frei reisen kann. Allerdings muss man hier immer noch durch andere Länder reisen, wo andere Sprachen gesprochen werden, die man eventuell nicht so hundertprozentig beherrscht. Das ist hier eben nicht so. Nummer 6, Essen. Natürlich fehlt hier jede Menge, was man so aus Deutschland kennt und was ich auch persönlich vermisse, wie zum Beispiel das Brot oder auch eine ordentliche Metzgerei, sind hier Fehlanzeige. Und die eine oder andere Delikatessen aus Deutschland fehlt natürlich hier auch. Allerdings muss ich dennoch sagen, dass die Auswahl und die Vielfalt hier in den USA dennoch wesentlich größer sind als in Europa beziehungsweise in Deutschland. Kommt natürlich auch daher, dass die USA das Land der Einwanderer ist und dementsprechend alle Immigranten hier ihre Esskulturen mitbringen. Auch ihre Restaurants beziehungsweise auch ihre Lebensmittel, die man hier dann natürlich auch im Supermarkt kaufen kann. Deswegen hier nochmal ganz klar, Essen in den USA auf jeden Fall besser als in Deutschland. Nummer 7, der Wohnraum. Das kann man jetzt natürlich wieder darauf zurückführen, dass Europa viel älter ist und dementsprechend so verbaut. Und auch die historischen Städte früher in Europa sind ganz anders aufgebaut worden. Das heißt, man hatte hier einen kleinen Stadtkern und darum herum haben sich halt die Städte ausgebreitet, die man heute so kennt. Das ist hier in Amerika anders gewesen. Hier sind die Städte ganz anders gewachsen. Und man hat hier, wie gesagt, auch viel mehr Platz. Dementsprechend ist der Wohnraum hier wesentlich größer. Man betrachtet hier zum Beispiel eine 900 Square Feet oder 1000 Square Feet Wohnung als kleine Wohnung. In Europa wäre das mehr oder weniger schon eigentlich eher eine größere Wohnung, zumindest in Teilen von Europa oder in Teilen von Deutschland, in der Wohnraum recht knapp ist, wie zum Beispiel im Ruhrgebiet, wo ich herkomme. Aber wir hatten damals eine recht große Wohnung mit 86 Quadratmetern. Das kommt dem Ganzen so ungefähr gleich, also mit den 1000 Square Feet. Wenn man das mal so in Perspektive setzt. In Chicago hatten wir 2500 Square Feet. Das sind gute 232 Quadratmeter. Und jetzt unser Haus hier hat 4000 Square Feet. Das sind 371 Quadratmeter. Da merkt man natürlich schon den Unterschied. Doch hier schnell das Zwei- und Dreifache an Wohnfläche, was man in Deutschland bekommen könnte. Nummer 8. Autofahren. Ja, ihr habt es richtig gehört. Autofahren ist hier in Amerika wesentlich besser als in Deutschland. Warum sage ich das? Natürlich fehlt hier die Autobahn. Man hat hier keine Interstates ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Die Geschwindigkeitsbegrenzung, die schwanken so zwischen, sag ich jetzt mal, 70 Meilen pro Stunde und 85 Meilen pro Stunde drüben in Utah. Das sind also maximal 136 kmh, die man hier fahren darf. Allerdings muss ich sagen, das Autofahren hier ist wesentlich entspannter. Das kann man jetzt auch wieder darauf zurückführen, dass hier in den USA einfach viel mehr Platz sind. Das heißt also, die Spuren zum Beispiel auf Autobahnen sind viel breiter. Auch ist so, dass hier meistens viel mehr Spuren in eine Richtung vorhanden sind als in Deutschland. Und alle fahren irgendwie gleich schnell. Das heißt also, es kommt auch nicht großartig zum Stau. Das heißt, ja, ihr habt richtig gehört, alle fahren gleich schnell. Auch die großen LKWs fahren hier mit, sag ich jetzt mal, 120, 130 durch die Gegend. Und dementsprechend hat man hier nicht so viel Stau. Dementsprechend, finde ich, ist das Autofahren viel entspannter, weil man hier eben nicht, wie so ein Idiot, ständig Gas gibt und wieder abbremsen muss. Hier läuft der Verkehr einfach durchgehend durch. Das Ganze sieht natürlich ein bisschen anders aus in den großen Ballungsgebieten, wie zum Beispiel auch in Chicago. Dort war natürlich auch oft Stau. Das lag aber mehr daran, dass es hier einfach die schiere Masse der Autos war, besonders zur Rush Hour, die das Ganze zum Erlegen gebracht haben. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ist das Autofahren in den USA wesentlich besser und entspannter. Wenn ich von hier aus in Tennessee hoch nach Chicago fahre, das sind circa zwölf Stunden Autofahrt, komme ich da oben an und bin eigentlich noch, natürlich bin ich müde, aber bin nicht so geredet, als wenn ich jetzt zwölf Stunden Autofahren müsste in Deutschland. Ja, weil man sich da mit diesen komischen Geschwindigkeitsbegrenzungen ganz anders konzentrieren muss. Und man muss auch immer aufpassen, dass hier nicht so ein langsam fahrender LKW rauszieht und man dort mit 200 hinten reinfährt. Deswegen ganz klar auf meiner Liste hier Autofahren. Nummer neun, Verdienstmöglichkeiten. Ja, es ist einfach wahr, hier in den USA kann man einfach viel, viel mehr verdienen. Und ich habe da auch mal ein anderes Video zu gemacht, da packe ich hier mal eine Karte hin. Verdienstmöglichkeiten in den USA. Gerade für deutsche Facharbeiter, wenn man es richtig anstellt, kann man hier mitunter mehr als das Doppelte verdienen als in Deutschland. Und deswegen hier ganz klar auf meiner Liste Verdienstmöglichkeiten. Und wie gesagt, wenn man jetzt hier nur von den Facharbeitern redet, ist das natürlich der größte Gap, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber auch andere Berufsbilder verdienen hier einfach viel mehr Geld als in Deutschland. Und deswegen ganz klar auf meiner Liste Verdienstmöglichkeiten. Nummer zehn, Freiheit. Ja, werdet ihr wahrscheinlich sagen, Freiheit gibt es doch auch in Deutschland. Das ist richtig. Man ist dort auch nicht in einer Diktatur oder ähnliches. Das will ich hier damit auch gar nicht sagen. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, richtige Freiheit habe ich erst kennengelernt, als ich in die USA gezogen bin. Natürlich, mit Freiheit kommt ganz viel Verantwortung. Das heißt also, ich habe hier zum Beispiel auch die Freiheit, zu sagen, ich möchte hier keine Krankenversicherung haben, weil ich mir das gerade nicht leisten kann. Das mag sich jetzt für jemanden in Deutschland natürlich ganz grausam anhören, dass man hier sich dazu entscheiden muss, keine Krankenversicherung zu haben, weil das vielleicht zu teuer sein könnte. Das ist richtig. Allerdings, wie gesagt, mit Freiheit kommt Verantwortung. Und wenn man sich gerade dazu nicht in der Lage fühlt, seine Krankenversicherung zu bezahlen, dann hat man hier die Freiheit, das dann auch nicht zu tun. Das ist natürlich nur ein Beispiel. Natürlich wahrscheinlich auch ein sehr kontroverses. Allerdings habe ich hier auch andere Freiheiten, die ich in Deutschland so nicht habe. Nämlich wie zum Beispiel auch das Waffenrecht. Also ich habe hier das Recht, eine Waffe zu haben, wenn ich die eben haben möchte, um mich selbst zu verteidigen. Das kann jetzt hier jeder sehen, wie er möchte. Es ist also so, dass in den USA jede Menge Leute Waffen haben. Aber es gibt auch jede Menge Leute, die hier überhaupt keine Waffen besitzen. Ich würde mal so sagen, das sind so 50-50. Aber man kann sich eben aussuchen, ob man das möchte oder nicht. Diese Freiheit, die hat man eben in Deutschland so nicht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch mal ein Like da. Und dann guckt euch jetzt mal hier dieses Video an, um zu sehen, wie man in die USA auswandern kann, auch ohne Green Card. Bis dann.